Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video kannst du lernen, wie man Textdokumente sinnvoll gestalten kann. Dazu gäbe es natürlich unzählige Tipps, über die wir nicht alle reden können. Darum werden wir mit drei wichtigen anfangen. Der erste ist, welche Schriftart man sinnvollerweise auswählt und wie man überhaupt Schriftarten voneinander unterscheiden kann. Der zweite dreht sich darum, wie man Text gut hervorheben kann. Und im dritten geht es darum, wie man Überschriften gut gestalten kann. Viel Spaß beim Lernen! Schauen wir uns also zunächst ein paar verschiedene Schriftarten an. Ich habe hier einen Sachtext, wie er zum Beispiel in einem Handout für ein Referat vorkommen könnte. Ich werde ihn dir nun in vier verschiedenen Schriftarten zeigen, schaue sie genau an und überlege dir, wie das Dokument in den verschiedenen Schriftarten auf dich wirkt. Hier siehst du noch einmal alle vier Schriftarten nebeneinander. Bestimmt hast du gemerkt, dass das Dokument in jeder Schriftart einen anderen Charakter bekommt. Wir werden uns das nun ein bisschen näher anschauen. Die erste Schriftart hier ist sehr nüchtern und sachlich. Sie ist gut geeignet für einen solchen Text wie ein Handout oder einen Sachtext. Irgendetwas, was Informationen nüchtern kommunizieren soll. Die zweite Schriftart ist nicht ganz so nüchtern. Sie ist ein bisschen klassischer. Sie wirkt ernst und ist auch dafür geeignet, solch einen Sachtext wie ein Handout oder ein Referat oder eine Facharbeit in der Schule zu gestalten. Die dritte Schriftart hat einen ganz anderen Charakter. Sie wirkt eher verspielt durch ihre unregelmäßigen Formen und auch ein bisschen albern. Sie wäre also eher nicht dafür geeignet, ein Handout damit zu gestalten oder ein Referat. Denn diese Schriftart wäre eher vom Charakter her wie die Einleitung zu einem Kindergeburtstag oder irgendeinen lustigen Text, der diesen Charakter der Schrift eben unterstreicht. Die vierte Schriftart ist ebenfalls eher außergewöhnlich. Sie ist sehr schnörkelig und überhaupt nicht sachlich. Sie ist zum Beispiel ein bisschen festlich. Man möchte etwas ganz Besonderes damit gestalten. Sie wäre also auch nicht gut geeignet für einen Sachtext, denn sie ist relativ schlecht lesbar. Wenn du dir mal den Text unter Allgemeines anschaust, wirst du feststellen, dass du wahrscheinlich gar nicht gut damit zurechtkommst, dass du die Buchstabenformen sehr genau anschauen musst, damit du überhaupt verstehst, welche Wörter da stehen. Für einen längeren Lesetext ist also so etwas überhaupt nicht geeignet. Wie kann man nun also Schriftarten gliedern? Es gibt sehr viele verschiedene Kategorien. Ich möchte dir zwei wichtige Unterscheidungsmerkmale nun darstellen. Du siehst hier den gleichen Text in zwei verschiedenen Schriften. Die obere Schrift hat an den Buchstabenenden solche kleinen Striche oder Hervorhebungen. Diese nennt man Serifen. Die Serifen lassen die Schrift etwas klassischer wirken, vielleicht auch ein bisschen altmodisch. Die Serifen erlauben allerdings auch bei einem längeren Text dem Auge eine Führung. Die waagrechten Striche erzeugen wie eine Art Linie, an der das Auge sich entlangarbeiten kann. Deswegen sind viele Bücher oder auch Zeitungstexte in solchen Schriften gesetzt. Man nennt diese Schrift eine Serifenschrift. Die andere Schrift hat keine Serifen, wenn du dir dieselben Stellen an den Buchstaben anschaust. Sie bleibt einfach ohne diese Striche und wirkt dadurch etwas nüchterner. In vielen Fällen wirkt sie auch etwas moderner. Allerdings kann man das nicht so allgemein sagen. Es gibt auch sehr klassische Serifenlose Schriften. Wir haben also hier eine Serifenschrift in der oberen Zeile und eine Serifenlose Schrift in der unteren. Generell ist es sehr schwierig, etwas Allgemeines über die Verwendung dieser beiden Schriften zu sagen. Aber du kannst dir grob merken, dass Serifenschriften eher klassisch aussehen und in großen und langen Lesetexten oft verwendet werden, zum Beispiel bei Zeitungstexten oder in Büchern. Und Serifenlose Schriften wirken oft etwas moderner. Sie werden zum Beispiel in digitalen Umgebungen oder auf Bildschirmen häufiger eingesetzt, weil auf einem Bildschirm, der nicht besonders gut ausgeleuchtet ist oder der sehr klein ist, wirken oft die Serifen nicht besonders klar. Beschäftigen wir uns nun damit, wie man in einem Text Wichtiges hervorheben kann. Du siehst hier einen Text mit verschiedenen Hervorhebungen. Hier zum Beispiel siehst du ein kursiv gesetztes Wort. Hier ein fettgedrucktes. Und hier ist eines in Großbuchstaben. Das nennt man auch Versalien. Das sind drei wichtige Hervorhebungsmöglichkeiten, die du gut verwenden kannst. Bei den Großbuchstaben solltest du allerdings etwas vorsichtig sein, denn gerade wenn man zum Beispiel in einem Chat schreibt oder in einer E-Mail, dann wird Großbuchstaben auch als Schreien oder Lautsprechen interpretiert. Das solltest du also berücksichtigen. Hier siehst du noch zwei weitere hervorgehobene Wörter. Sie sind unterstrichen. Das wäre vielleicht die Art der Hervorhebung, die dir als erste einfällt, weil du das in deinem Heft handschriftlich auch so machst. Allerdings sollte man am Computer mit Unterstreichung sehr vorsichtig umgehen. Man sollte sie meistens eher vermeiden. Du kannst das daran sehen, dass das Wort Typografie hier unten durch den Strich eigentlich schlechter lesbar wird. Der Strich geht durch die Buchstabenformen hindurch und dementsprechend sind sie eigentlich schlechter zu erkennen als ohne die Unterstreichung. Verwende also beim Hervorheben eher die Formen Kursiv für leichte Hervorhebungen, Fett für stärkere Hervorhebungen oder vielleicht auch einmal Großbuchstaben, aber diese eher nur in Ausnahmefällen. Wie kann man nun Überschriften gut gestalten? Hier siehst du einen Text, der erstmal gar keine Gestaltung aufweist. Alle Überschriften sind genauso geschrieben wie der normale Fließtext. Wenn du ihn nun gestalten würdest, dann würdest du vielleicht hingehen und sagen, ich mache diese eine Überschrift Fett und unterstrichen und die kleineren Überschriften unterstreiche ich ebenfalls, aber ohne Fetteformatierung und unten kommt wieder eine übergeordnete Überschrift, die unterstreiche ich auch und mache sie Fett. Jetzt haben wir aber ja gerade gelernt, dass unterstreichen nicht so eine gute Form der Hervorhebung ist. Die sollten wir also schon mal vermeiden. Außerdem gibt es eine wesentlich effektivere Methode, um Überschriften hervorzuheben, wenn wir nämlich mit Abständen und Schriftgröße arbeiten. Hier siehst du den gleichen Textausschnitt, bei dem allerdings die Überschrift größer gemacht wurde, die Hauptüberschrift und die anderen Überschriften wurden Fett gemacht und sie haben Abstand bekommen. Wir haben also einige interessante Hervorhebungsmöglichkeiten außer unterstreichen. Das eine ist der Abstand. Der Abstand sollte immer vor einer Überschrift sein, denn die Überschrift gehört ja zu dem Text, der nachher kommt. Außerdem können wir mit der Schriftgröße sehr gut arbeiten. Das hebt eine Überschrift auch immer sehr gut hervor. Und wir können Fett oder Kursiv ebenfalls in Überschriften verwenden. Unterstreichung solltest du vermeiden und übrigens auch Doppelpunkt. Eine Überschrift hat in der Regel keinen Doppelpunkt dahinter. Nun hast du also verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, eine Überschrift klar hervorzuheben, ohne auf die Unterstreichung zurückzugreifen, die im digitalen Umfeld eigentlich nicht besonders sinnvoll ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen hoch dalässt und vielleicht auch einen Kommentar. Wenn du zum ersten Mal hier bist und dir meine anderen Videos auch gefallen, freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.